Das ist das beste Flugzeug, in dem ich hier geflohen bin, unglaublich. Hallo, guten Morgen, wir sind gut angekommen, wir sind mit dem 380er geflogen, geiles Gefühl, Riesending, Beinfreiheit, mehr als wir bisher so gewohnt waren, Asienstandard, gepennt, ziemlich strenger Umgang der Stewardessen, aber okay, und jetzt geht's uns gut. Ein schöner Parktag. Ein bisschen klein, aber für uns gerade nicht. Ein schöner Parktag. 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 Musik Fantastisch, wundervoll. Das ist die beste, die wir heute machen. Vielen Dank.